So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 14. September 2021. Hier gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und auf die heute anstehenden News Events, die tatsächlich einiges an Brisanz mit sich bringen. Stichwort Inflationszahlen 14.30 Uhr aus den USA werden veröffentlicht. Die sind natürlich dahingehend brisant, weil sie potenziell so ein wenig auch die Richtung vorgeben, in welche man dann erwarten darf, dass die FED sich bewegt. Wir hatten gestern schon im Morning Meeting hier zum Thema gemacht, dass wir seitens der FED ab November einen Taper erwarten sollten und ein entsprechendes Announcement, eine Ankündigung jetzt auf der FED-Sitzung nächste Woche Mittwoch am 22. und dann in diesem Zusammenhang eben eine Reduktion der Anleiheaufkäufe in einer Größenordnung von 15 Milliarden pro Monat erwarten dürfen. Erstaunlicherweise ist es so, dass wir jetzt keinen größeren Abgabedruck gesehen haben, der den Abgabedruck letzte Woche Freitag bereits auf den Weg gebracht irgendwie fortsetzt, aber aufgeschoben ist an der Stelle noch nicht zwangsläufig aufgehoben. Und das bezieht sich ganz besonders eben auf das technisch relevante Level in dem Zusammenhang S&P 500, die 4.500er Mark, das ist so mein Make-or-Break-Level, so ein Key-Level auf der Unterseite, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir, besonders wenn jetzt ein Print oberhalb der Erwartung dessen, was der Markt eben hier erwartet, dass wir dort in dieser Konstellation eventuell sogar nochmal Spekulationen sehen, dass vielleicht noch zügiger eben getapert wird und die Anleiheaufkäufe zurückgefahren werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so hoch, aber nichtsdestotrotz durchaus eine in Zubetracht ziehen Option, besonders im Hinblick auf den Zinsmarkt und eventuelle Spikes, die wir dort zu sehen bekommen könnten, die dann vielleicht nochmal stärkeren Abgabedruck, ganz besonders im Tech-Bereich wiederum, initiieren. Wir werfen auch einen Blick natürlich auf die jüngsten Entwicklungen, die wir im Kryptobereich gesehen haben gestern Nachmittag. Da gab es ein ziemliches Mega-Event, teilweise möchte man schon fast sagen. Allerdings hat sich das dann als Fake News herausgestellt, nämlich, dass Walmart angeblich Litecoin als Zahlungsmittel akzeptieren würde. Das, wie gesagt, wurde dann als Fake identifiziert, aber nichtsdestotrotz, auch da wollen wir mal einen Blick drauf werfen, aber vielleicht darüber hinaus geben, also ein paar Spekulationen anstellen, warum man das jetzt eigentlich sieht. Das nimmt nämlich ganz schön zu, ehrlich gesprochen. Auf den Hinblick beispielsweise auf die Akzeptanz von Bitcoin, Amazon, wir erinnern uns dran in diesem Zusammenhang. Das sind so kleine Test-Balongs, die man startet, um vielleicht den Markt darauf vorzubereiten, was da früher oder später der Weg in Richtung Krypto eben tatsächlich dann stattfindet oder dass der Weg jetzt geebnet wird, um so ein bisschen dann auch das Überraschungspotenzial auszunehmen und hier einfach einen, naja, nicht ganz so volatilen Übergang, sagen wir mal so, von unserem klassischen Zahlungssystem in ein Krypto-Blockchain-basiertes Zahlungssystem eventuell eben zu vollziehen zu können. Auch darauf blicken wir. Bevor wir uns offiziell starten, natürlich einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Der Handel, die Wiesen und CFDs, ist mit Risiken behaftet, ausgehend vom Umstand, dass es sich um komplexe Handelsinstrumente handelt, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich erstmal mit den Risiken dieser bewusst, die der Handel mit diesem mit sich bringt, entscheidet dann, ob sich der Handel eben ausgehend vom persönlichen Risikoprofil für einen eignet und dann beginne man, sobald man diese Frage für sich bejahen kann, mit einem Demokonto, downloadbar auf markets.com.de. Dort findet ihr auch den vollständigen Risikohinweis, dort findet ihr auch alle weiteren Informationen über CFDs und Devisen hinweg im Hinblick auf die weitere Produktpalette von Markets, sei es physische Aktien, sei es auch ETFs, also Multi-Asset-Brokerage, Invest-Lösungen finden sich dort. Und ja, alle weiteren Fragen gerne an die LN-Nachrichten per E-Mail. Schickt auch gerne mir eine E-Mail oder kontaktiert mich wieder Twitter oder kontaktiert mich über das Forum jcaminostraining.com. Wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, Einschätzungen wünscht, diskutieren wollt und dergleichen, würde mich freuen, dort von euch lesen zu dürfen. Und wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX-Handelsplattform. Ich räume hier im Hintergrund ein bisschen auf erstmal und stelle auch gerade fest, ich sollte vielleicht hier an dieser Stelle, so, noch ganz kurz einmal einen Link einstellen. So, gehe ich richtig, gehe ich, ja, ich gehe recht in der Annahme. Okay, das wird alles, das wird alles gestreamt. Das war ich ein bisschen irritiert im ersten Moment. Also, MarketsX, muss ich mal ganz kurz hier noch den Link suchen. Zwecks Demo an dieser Stelle. Sollte in irgendeiner Form irgendwas auftreten im Hinblick auf Störungen oder sonst dergleichen, dann bitte postet diese gerne in der Chatbox, dass ich das sofort dann auch entsprechend hier adressieren kann, sagt man ja so schön. Sollte es bei YouTube Probleme geben, dann verweise ich wie gewohnt hier einmal auf den Twitch-Kanal, wo das bis dato jedenfalls alles sehr unkompliziert immer gelaufen ist. Selbst wenn es Unterbrechungen hier bei YouTube gab, aus welchen Gründen auch immer. Also, dann könnt ihr dort auf jeden Fall den Ausführungen meinerseits entsprechend eben weiter folgen. Nichtsdestotrotz, hier besteht natürlich die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung anschließend im YouTube-Kanal anzuschauen. Also, ich heißt, ich streame das zwar, aber nichtsdestotrotz gibt es auch eine Aufzeichnung, die ich entsprechend eben fahre. Und dann in diesem Zusammenhang besteht natürlich die Möglichkeit, sich das anschließend im YouTube-Kanal nochmal anzuschauen. Ja, soviel erstmal zur Einleitung. Jetzt werfen wir hier einmal den Blick auf den DAX. So, einen Moment. Und dann fahren wir mal hier ganz kurz. So, einmal. Zack. So, in der Betrachtung, wir sehen hier diese Trendlinie, die scheint durchaus, naja, brisant zu sein, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest mal als Orientierung doch relativ gut zu funktionieren. Auch als Orientierung auf der Oberseite. Hier diese Widerstandsregionen im Bereich, wo wir jetzt hier übergerollt sind. Also, gestern auch Schwierigkeiten hatten, dann weiter bullisches Momentum aufzunehmen. Das war erstaunlich, ehrlich gesagt. Also, was wir gestern im DAX gesehen haben, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich überrascht. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir in den US-Märkten es nicht geschafft haben, die 4.500er-Markt-Soktion, weil tatsächlich nochmal unter diese Tiefs gelaufen sind. Also, man könnte hier tatsächlich sogar einen gestrigen Kursverlauf im Hinblick auf den DAX, könnte man durchaus eine Stärke, eine relative Stärke ausmachen, die natürlich deswegen brisant ist, beziehungsweise überrascht, weil ja auch seitens der EZB auf ihrer letztwöchigen Sitzung in Aussicht gestellt worden ist, dass wir eine Reduktion der Anleiheaufkäufe, des PEP-Programms eben zu sehen bekommen, der Unterstützung hier der europäischen Wirtschaft durch eben entsprechende geldpolitische Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank. Und dass sich der DAX dennoch, also in Ergänzung jetzt zu diesen Taper-Absichten, so könnte man sie vielleicht bezeichnen, seitens der EZB, dann zeitgleich den konkretisierenden Erwartungen, dass die FED dann auf ihrer Sitzung jetzt, nächste Woche Mittwoch, entsprechend eben eine Reduktion der Anleiheaufkäufe im Moment ab November, auf der September-Sitzung im November in Aussicht stellt, dass der DAX sich daraufhin derart präsentieren kann, ist erstaunlich. Also, wir haben auch hier eigentlich schon letzte Woche, eigentlich in dem Wochenschluss hinein, zwar Abgabedruck gesehen, ja, als dann der Bruch unter die 4.500er Marke MS&P, die schauen wir uns gleich nochmal an, kam. Aber wir haben dennoch die 15.500er Marke halten können. Und das war schon ein solides Zeichen. Wie gesagt, gestern das überraschte zunächst. Nichtsdestotrotz, aufgeschoben ist nicht zwangsläufig aufgehoben. Also aktuell ist wahrscheinlich der Key-Bereich, wir haben jetzt heute früh hier, ich hatte das auch in meinem Tweet abgesetzt gehabt, um so roundabout 15.680 gehabt. Also nochmal 20 Punkte unterhalb der 15.700er Marke. Sollte das hier früher oder später zu einem Bruch und jetzt auch der Markierung neuer Tagestiefs kommen, dann könnte das der Wegbereiter sein, nochmal für ein schärferes Lackdown, was uns dann auch in den kommenden Tagen hier realistisch ein bisschen gefilde, um doch mal die Vorwochentiefs um 15.450 Punkte eben führen könnte. Gefahr gebannt wäre, so würde ich jetzt mal sagen, sobald wir rund gesprochen über 15.800 Punkte laufen würden. Also diese Trendlinie hier brechen würden und dann auch oberhalb dieser gestern ausgebildeten Hochs hier im Bereich um roundabout 15.800 Punkte uns halten können. Das wäre ein Signal, welches tatsächlich sogar die Möglichkeit öffnete, die Wahrscheinlichkeit erhöhte, an der Stelle ganz besonders, eben dass wir nochmal einen Stint in Richtung der 16.000er Marke beziehungsweise in Gefilde bis um die Allzeithochs eben tatsächlich zu sehen bekommen. Und ja, so also in dem Zusammenhang die Einschätzung für den DAX übergeordnet. Wenn wir uns das ganze Bild hier mal anschauen, auf der 5-Minuten-Ebene sieht das natürlich alles andere als spektakulär aus. Das ist ein sehr, sehr choppiges Treiben an dieser Stelle. Wir haben initial hier, haben wir, wie soll ich sagen, einen bärischen Vorteil gehabt, der sich irgendwie so leicht abzeichnete durch das Trading unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das ist allerdings jetzt wieder hinfällig, weil wir nämlich den EMA hier zurückerobern, jetzt sogar auf neue Tageshochst vorstoßen. Allerdings ist das viel, in Anführungsstrichen, klein, klein. Das ist also nicht wirklich imposant, sondern ich würde hier wirklich sehen wollen, für eine wirklich bullische Einschätzung meinerseits, würde ich sehen wollen, dass wir eben über 15.800 Punkte laufen. Also das heißt, hier die gestrigen Tageshochse eben tatsächlich rausnehmen. Mal schauen, ob wir dafür heute ausreichend Momentum aufnehmen können. Es wird auf jeden Fall einiges an Gegenwind geben. So will ich es mal am ehesten formulieren. Nicht nur, weil sich das Bild begonnen hat, jetzt im S&P einzutrüben. Wenn wir hier drauf blicken, dass wir die 4.500er Marke haben, nicht zurückerobern können. Das war hier jenes Level, da dieser Bereich, der gestern zwar nochmal angelaufen wurde, hier am 13. kann man das hier erkennen, aber wir rollten dann relativ deutlich über und brachen eben nicht dynamisch, aber dennoch ausmachbar unter die Tiefs, die am Freitag ausgebildet worden sind. Bis hierhin ist kein weiteres bierisches Momentum aufgekommen. Also das bedeutet, wir konnten hier jetzt nochmal in Anführungsstrichen von der Schippe springen, aber nichtsdestotrotz Gefahr ist noch nicht gebannt. Solange wir unterhalb uns von 4.500 Punkten eben halten, besteht hier eine ernsthafte Gelegenheit nochmal, dass es nochmal zu einem Push auf der Unterseite kommt, der uns dann in Richtung der 4.400, vielleicht ein Stück weit drunter, 4.370er Region eben führen könnte. Und wo wir dann sehen würden, wie sich entsprechend der Markt eben weiter präsentiert. Treiber für solch eine Bewegung, für solch einen nochmal folgenden bierischen Impuls hier an der Stelle, finden wir heute Nachmittag um 14.30 Uhr mit den Inflationszahlen aus den USA. Eigentlich möchte man sagen, sind die ja jetzt weniger brisant, weil man ja schon erwartet, dass die FED entsprechend eben geldpolitisch zurückfährt und beginnt eben einen Taper auf den Weg zu bringen. Also wir können das nochmal ganz kurz hier eintippen. Tim, Taper, Fett. Fett, Taper Talk, Gathered Space, also beschleunigt sich hier an dieser Stelle. Ich gucke mal ganz kurz, ob das hier, es ist tatsächlich noch nicht ausgemachte Sache, jedenfalls nicht so, wie es hier CNBC schreibt. Also could reduce its asset purchases by the end of the year, heißt sie könnten. Wir hatten allerdings gestern im Wall Street Journal ja gesehen, Wall Street Journal, Wall Street Journal, dass das schon ausgemachte, ausgemachte Sache hier zu sein scheint. Also hier, FED officials prepare for a November reduction in Bond buying. Also es gibt irgendwie noch so eine Hintertür, der man sich hier irgendwie zu bedienen scheint, wenn man eben die Headline an der Stelle von CNBC anschaut. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall einmal, dass sich die Anzeichen verdichten, dass es früher oder später eine Reduktion geben muss. Und demnach nimmt man eigentlich schon einen Inflationsprint, der jetzt eben deutlich oberhalb dessen, was der Markt erwartet, von 5,3% heute veröffentlicht würde, so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Also Wind aus den Segeln im Hinblick eben auf die Erwartungshaltung im Zinsmarkt dann ganz besonders und einem scharfen Spike auf der Oberseite. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen. Moment. Hier haben wir die 10-jährigen Zinsen. Das ist jetzt eine Stundenbetrachtung an der Stelle. Und dass man hier im Grunde genommen so, dass das Potenzial cappt eigentlich, dass es dort zu einem deutlichen Push über 1,38% eben kommt, mit einem deutlichen Schub über die 1,4% Marke. Und was ich damit meine ist an der Stelle, nun ja, wenn ich jetzt schon in Aussicht stelle, dass ich die Anleiheaufkäufe reduziere, dann wird eben ein Print, der jetzt oberhalb der Erwartung liegt, hier nicht wirklich starke Impulse nach sich ziehen. Außer, dass der Print derart über der Erwartung liegt. Also sagen wir an dieser Stelle mal eine konkrete Zahl, irgendwie 6% oder höher vielleicht, was ich schon sehr dramatisch empfinden würde. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute früh zum Beispiel, das werden viele gar nicht gesehen haben, ich habe es auch nur peripher in meinem Augenwinkel eben tatsächlich gesehen, Schweden hat heute früh Inflationszahlen veröffentlicht, mal gucken, Schweden ist unser Essner, Moment, Schweden hier, Inflation ist noch relativ moderat, also 2%, das ist noch nicht dramatisch, aber es liegt deutlich oberhalb der Erwartung hier. Konsensus lag bei 1,7%, vorher waren es bei 1,4%, auch Schweden sieht da einen deutlichen Inflationsdruck, der sich offensichtlich auftürmt. Also es ist ein globales Phänomen, das ist nicht nur eins, welches eben hier sich auf Deutschland bezieht oder sonst dergleichen, sondern es ist eben ein Phänomen, welches sich um den gesamten Globus spannt, was aber jetzt nicht so überraschend ist, denn die Pandemie, von der wir alle ja sprechen sind, Coronavirus und die Unterbrechung der Lieferketten beispielsweise betreffen natürlich die globale Welt, also das heißt alle Staaten und ausgehend von der Globalisierung eben folglich spannt sich um den Globus. Und demnach ist das nicht überraschend, dass rund um den Globus eben die Inflation sich deutlich anziehend eben tatsächlich präsentiert. Das ist nochmal, das ist verhältnismäßig moderat, also 2,1%, da würde man jetzt sagen, das sind eigentlich Niveaus, das ist doch wahrscheinlich im Bereich der Zielmarke der Riksbank an dieser Stelle, mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz zeigt sich eben auch bei solchen moderaten Erwartungen eben entsprechend ein deutlicher Druck, der sich widerspiegelt. Und das lässt natürlich dann durchaus auch Spekulationen zu, dass man sagt, naja, also wir haben jetzt zwar eine Erwartungsteilung von 5,3%, aber es kann durchaus auch eine Überraschung auf der Oberseite geben und dann rückt relativ zügig eben der nächste psychologische Stein oder Bereich hier um 6% in den Mittelpunkt des Geschehens. Und genau solch ein Print würde dann natürlich durchaus, ich denke jedenfalls, Spekulationen befeuern, wonach eben vielleicht von der FED erwartet wird, nicht nur die Anleiheaufkäufe um 15 Milliarden pro Monat eben tatsächlich zu reduzieren. Ich glaube, das wurde auch in dem Tartikel, ach so, jetzt war dieser Bezahlartikel hier an der Stelle. Ja, es waren auf jeden Fall 15 Milliarden, um die man eben erwartet hat, dass da eine Reduktion dann kommuniziert wird, sofern sie kommuniziert wird. Und das wäre natürlich etwas, was dann vielleicht nochmal einen Sprung auf der Oberseite sehen könnte, dass man vielleicht seitens der FED erwartet, noch schneller, als man das hier bereits erwartet, entsprechend eben diese geldpolitischen Bemühungen zurückzufahren. Und das wäre natürlich etwas wiederum, was dann auf der Kehrseite für Equities potenziell, bärisches Potenzial offenbaren würde. Also in diesem Zusammenhang bei solch einem überraschend über der Erwartung liegenden Print haben wir natürlich hier dann realistisch Potenzial, dass es zu einem stärkeren Push auf der Oberseite kommt und dass diese jetzt jüngst eingeleitene Korrekturbewegung, dass die sich nochmal auf der Unterseite entsprechend eben beschleunigt. Also Schlüssellevel für heute auf jeden Fall im S&P bleibt auf der Oberseite die 4.500. Wenn wir die, solange wir die nicht zurückerobern, ist jederzeit nochmal mit einem ernsthaften Versuch auf der Unterseite zu rechnen. Unterhalb von 4.450 Punkte liegen die nächsten Supportregionen im Bereich um 4.370 bis 4.400 Punkte zunächst einmal. Und vielleicht präsentiert sich dann auch nochmal ganz besonders hier im Nasdaq stärkere Abgabedruck. Der konnte sich gestern erneut eigentlich verhältnismäßig stabil präsentieren. Da gab es also jetzt nicht irgendwie ein Fortschreiben einer starken Abwärtsdynamik, eben die wir letzte Woche am Freitag zu sehen bekommen haben. Ja, wir haben Abgabedrucke gesehen. Also das kann man ja hier deutlich erkennen. Wir sind von der Eröffnung weg. Eigentlich ab 15.30 Uhr roundabout um 15.550 Punkte sind wir hier stärker nochmal unter Druck geraten, haben eben auch die Tiefs, die wir am Freitag ausgebildet haben, unterschritten. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Sell-off-Modus oder dergleichen gewesen. Also dass da sich wirklich sehr starke Abwärtsdynamik irgendwie begonnen hat zu zeigen. Aber das kann nochmal relativ zügig, überraschend tatsächlich sich dann widerspiegeln und auch zügig vielleicht verselbstständigen. Dass es da so eine Art, ja, so ein Domino-Effekt einfach gibt, der dann auch über den, über den breiten Tech-Sektor und über die Big-Tech-Names eben hinwegfegt. An der Stelle, also auch Nvidia hat sich gestern wieder recht stabil präsentiert, Microsoft und dergleichen. Aber sobald sich auch hier dann eben in Folge anziehen, hat es ein stärkerer Abgabedruck zeigt, könnte es durchaus sein, dass wir recht dynamisch eben tatsächlich hier unter Druck geraten und dann auch diese Trendlinie hier, die ich hier eingezeichnet habe als Orientierung, diese schwarzfarbene, anlaufen, verlaufen im Bereich Roundabout um 15.000 Punkte. Und da müssen wir uns natürlich vor Augen führen, 15.000 Punkte, die wir anlaufen, 400 Punkte, Downside-Potential, da reden wir einfach mal von einer Korrekturbewegung größer 2%, 2,5% eben. Und die könnte dann im derzeitigen Umfeld schon einiges eben an Turbulenzen nach sich ziehen, der sich dann auch der breite Aktienmarkt oder der Value-Bereich, so wie man es vielleicht mal nennen, eben nicht entziehen könnte. Also sprich der S&P und dann auch in dem Zusammenhang eben der DAX stärker unter Druck geraten könnte. Und also diese Optionen, kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf den DAX, diese Optionen besteht für den DAX, solange wir unterhalb uns eben von 15.800 Punkten eben hier halten. und demnach besteht jederzeit mit Abgabendruck aus den USA durch einen Spike in der Inflation heute um 14.30 eben das Potenzial, dass es nochmal zu einer Attacke auf die 15.500 kommt, beziehungsweise einen Bruch tiefer, wenn dann entsprechend sich die Aktienmärkte in den USA unter Druck präsentieren. Gefahrgebande, möchte man sagen, ist mit einem Tagesschlusskurs im S&P oberhalb von 4.500 Punkten eben zu rechnen. Ja, schauen wir einfach mal, wie sich da die Situation heute dann in den in den Folgestunden darstellt. Einzeltitel habe ich tatsächlich nicht viel. Ich hatte gestern eine, eine, ich will mal ganz kurz hier schauen, dass ich es nochmal zusammen bekomme, vielleicht habe ich, ich bin sie mich nur überflogen. Okay, also eine Frage hier zu Biontech kam auf. Da hat sich gestern also auch ein entsprechendes Gapdown eben präsentiert, auch Moderna hat gestern, glaube ich, ziemlich einen Abgabedruck gesehen. Habe ich Moderna hier auch noch? Da. Ja, Moderna hat gestern ebenfalls stärkeren Abgabedruck gesehen. Also gestern die Biotech-Unternehmen, die haben durch die Bank weg, haben die Stärken, sind in den Sell-Off-Modus gegangen. Der eine oder andere beobachtet vielleicht auch die Entwicklung in Novavax oder beispielsweise in Valneva. Valneva hat gestern über 40% verloren. Kann das mal ganz kurz hier zeigen. Es wird tatsächlich nicht, wird auch gehandelt an der Nasdaq, aber Haupthandelsplatz ist hier tatsächlich die Euronext in Europa. Ist ein französisches Unternehmen, welches auch mit Methodimpfstoffen eben arbeitet an dieser Stelle und das Portfolio an verfügbaren Impfstoffen eben erweitert und eventuell hier dahingehend ein Gamechanger ist, weil es eben eine altbewährte Methode ist, die besonders Impf-Skeptiker, Kritiker, der MNA-Wirkstoffe eben dergleichen eben abholt. Also das heißt an dieser Stelle, die einfach sagen, ich möchte einen Impfstoff haben, der erprobt ist, der an der Stelle im Falle von Novavax zum Beispiel auf dem Grippeimpfstoff aufbaut. Und jetzt fragt man sich aber, gut, okay, wenn das so vielversprechend ist, also es hat sich ja hier ein sehr, sehr starkes Squeeze abgezeichnet, man bekommt dann dieses Gapdown eben her. An dieser Stelle hat sich eben jetzt gestern Großbritannien, potenziell, mal gucken, das ist ein Gedanke, den sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten vielleicht. Großbritannien hat hier, ist dann von einem Vertrag zurückgetreten, also diesen Vertrag eingegangen mit Valneva in Bezug auf Lieferung von Impfstoffen und haben jetzt gesagt, Valneva hat wohl hier diese, diese Lieferbedingungen nicht erfüllt und ist von dem Vertrag zurückgetreten. Jetzt ist die, das Interessante in diesem Zusammenhang, wenn man sich so ein bisschen dann mit Leuten aus diesem Bereich unterhält, die man vielleicht kennengelernt hat, Apotheker, Pharmazeuten und der Gleichen, die sagen dann auf diese Reaktion, das überrascht, ehrlich gesprochen und dann auch wieder nicht. Es ist nämlich jetzt wohl so, ich habe mich da noch nicht komplett eingelesen, aber im Falle von Valneva ist es wohl so, dass Valneva hier einen Vertrag mit der Eurozone, mit der EU geschlossen hat vor fünf Tagen und dass die wohl attraktivere Konditionen verhandelt haben, die Europäer, also die Europäer in Anführungsstrichen, also die EU verhandelt hat im Vergleich zu den Briten und Großbritannien wohl bekannt ist, in diesem Zusammenhang auch im Hinblick auf Brexit und dergleichen da sehr, sehr sensibel zu reagieren und deswegen jetzt erstmal hier den Cut gezogen hat, um nochmal nachzuverhandeln. Also das ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Es könnte sein, dass dieser jetzt bärische Impuls auf der Unterseite relativ zügig vielleicht wieder zurückgekauft wird, sofern sich dann eine Neuverhandlung eben herauskristallisiert und das ist durchaus etwas, was man allerdings und das fühlt es jetzt so ein bisschen ab, also das ist erstmal rein spekulativ, ob sich das jetzt so darstellt und dergleichen, wie gesagt, da müsste man tatsächlich mal schauen, wer sich dafür interessiert, wie gesagt, dem seien einfach mal diese Informationen so hingegeben und dann kann man sich da jetzt eigenständig einlesen in diese Thematik. Man sollte, besonders aus trainingtechnischer Perspektive, sollte man besonders auch solche Entwicklungen wie gestern hier, weil Neva eben mit minus 40 Prozent und dergleichen sollte einem klar sein, sobald man sich in solchen Titeln wiederfindet, die sich jetzt auch im Bereich Impfstoffe und entsprechende Fördermittel, die von Staaten zur Verfügung stellen werden, Abnahmemengen, die vereinbart werden, nicht eingehalten werden und so weiter, sollte man sich klar machen, dass das extrem volatile Titel sind, die extreme Risiken eben tatsächlich bergen und auch über Nacht Gap-Risiken eben beinhalten, den man sich eben, derer man sich bewusst machen sollte. Im Falle von jetzt Biontech natürlich oder auch Moderna ist es so, dass da vieles natürlich im Hinblick eben auf jetzt Delta-Varianten oder beziehungsweise Mutationen, gegen die die Wirksamkeit dieser Impfstoffe nicht gegeben ist und dergleichen, jetzt natürlich hier die Frage aufwirft, in wiefern dort dann überhaupt solche Impfstoffe langfristig überhaupt eine Daseinsberechtigung haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise da es auch zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommen könnte im Hinblick auf die Lieferung, querstrich eben auf die Abnahme dieser Impfstoffe, die eventuell nicht die Wirksamkeit haben, die sie benötigen, um abgenommen werden zu können, um sich entsprechende Programme der Art tatsächlich zu qualifizieren, dann etc. pp. Und also in diesem Zusammenhang, wie gesagt, kam jetzt gestern mal eine Mail auf, beziehungsweise hat mir jemand eine Mail geschickt und fragte eben, wie das eben einzuordnen wäre dann in diesem Zusammenhang hier, diese Abschläge. In dem Fall eben für Biontech. Was mit Sicherheit interessant ist, das zeigt sich jetzt aus rein charttechnischer Perspektive, ist die 300er Region, wo wir sagen könnten, solange wir uns oberhalb dieses Levels eigentlich halten können und hier sieht man es dann ja auch auf der, ich muss kurz kurz gucken, das ist ganz interessant, da gab es gestern, dass der Chart ist irgendwie abgeschnitten, kann das sein? Da fehlen nämlich ein paar Kerzen ehrlich gesagt, also hier sieht man, also hier hat der Handel stattgefunden, aber das wird hier nicht dargestellt, aus welchen Gründen auch immer. Es spielt auch tatsächlich gar keine Rolle, also die 300er, 320er Region auf jeden Fall, die spielt hier offensichtlich aus rein psychologischer Perspektive eine wichtige Rolle. Mit unterschreiten könnte hier nochmal ein stärkerer Abhältsimpuls initiiert werden, der uns bis in Gefilde bis 250 eben hier püren könnte, im Falle von Biontech. Ich hatte mal gesagt, in einem Event, was ich mit dem Andreas Bernstein zusammen gemacht hatte, dass ich allerdings moderner bevorzuge und das hat ein relativ einfachen Grund. Es ist einfach attraktiver aus der tradingtechnischen Perspektive. Also BNTX, hier das ist Biontech, hat ein umlaufendes durchschnittliches Volumen von vier Millionen Stücken an dieser Stelle. Vier Millionen Stücke, das ist ausreichend, um nicht jetzt irgendwie als Low Float oder dergleichen zu gelten, aber in Bezug eben beispielsweise auf Moderna ist das recht wenig. Moderna, da laufen eben durchschnittlich 17,6 Millionen und um und Moderna ist ein schwererer Titel in Anführungsstrichen. Also schwererer Titel bedeutet an dieser Stelle notiert bei über 400 Dollar die Aktie und ist aus tradingtechnischer Perspektive einfach an der Stelle eben attraktiver. Um jetzt auf die Frage zu kommen, wie würde man oder wie sind diese aktuellen Entwicklungen hier tatsächlich wie sind diese aktuellen Entwicklungen hier aus tradingtechnischer Perspektive eben einzuschätzen? Also ich würde ausgehend von den aktuellen Gegebenheiten, würde ich sagen, sind wir in einem Chancen-Risiko-Verhältnis- technisch attraktiven Bereich hier gelaufen, auch wenn eine ganz klare Abwärtssequenz eben ausgemacht werden kann derzeit. Aber solange wir uns oberhalb von 300 halten können, ist Biontech gegen diesen Bereich eventuell ein ganz attraktiver Long-Kandidat erneut mit dann allerdings der Frage, ob es gelingt, diese Abwärtsstruktur eben hier zu brechen. Nochmal, ich persönlich favorisiere ehrlich gesprochen hier aus dieser Perspektive eher moderner, vielleicht auch deswegen, weil es einfach einfach erstmal relativ stark anmutet, beziehungsweise auch charttechnisch einfach wesentlich attraktiver eben ist. Also hier ist es nicht die 300, hier ist es dann so die 400er Region, vielleicht ein Stück weit höher, 410, das sind so hier, man kann es erkennen, das sind so diese Hochregionen ungefähr. Kommt es da zu einem kleinen Flasch auf der Unterseite, aber wir können uns gegen diesen Bereich stabilisieren, Stück weit tiefer, also 410, Stück weit tiefer um 400, dann ist das vielleicht ein interessanter Bereich, gegen den man nochmal Long-Engagements auf den Weg bringen könnte, sollte man die Erwartung haben, dass moderner weiter eben bullisch aus dieser Perspektive eben tatsächlich performt. Ja, das vielleicht dann einfach mal so zwei, drei Gedanken eben hier aus der aktuellen Warte wirklich eintrüben, würde sich das Bild hier erst charttechnisch, sobald wir unter 350 eben laufen, das wäre dann allerdings auch etwas, was natürlich global, nicht global, makroökonomisch sage ich schon, sondern natürlich dann auch darüber hinausgehend entsprechende News beinhalten müsste, dass da in irgendeiner Form irgendwelche Liefererschwierigkeiten sich abzeichnen, Verträge gecancelt werden oder sonst der Gleichen. Aktuell, muss ich sagen, skizziert sich eigentlich eine sehr, sehr komfortable Situation für diese Biotech-Unternehmen, die in diesem Impfstoffsegment aktuell tätig sind, eben durchaus heraus und da scheint eher der Modus in Richtung Booster-Impfstoffe, Booster-Impfung und dergleichen zu gehen und dass aus der Perspektive eben diese Unternehmen auf jeden Fall mittelfristig jedenfalls noch eine verhältnismäßig starke Auftragslage eben tatsächlich sehen sollten und wir haben ja auch gesehen, dass da durchaus ja auch politische Kräfte wirken an dieser Stelle. Das sollte man sich auch immer vor Augen führen. Selbst wenn jetzt irgendwelche Experten, Experten in Anführungsstrichen, irgendwelche Ärzte, Akademiker, sonst dergleichen, also Wissenschaftler und dergleichen, hier sich nicht für Booster-Impfungen aussprechen aktuell, die Notwendigkeit dafür nicht sehen. Also ich habe die Diskussion darum nicht ganz so verfolgt, aber ich glaube, in diese Richtung geht das. Haben wir ja auch gesehen, dass hier einige Politiker in diesem Zusammenhang da überhaupt gar keine Skrupel haben, auf eigentlich unabhängige Instanzen wie zum Beispiel die STIKO hierzulande zum Beispiel massiven politischen Druck aufzubauen, der dann dazu führt, dass man trotz dieser vielleicht wissenschaftlich nicht sich da bietenden Situation entsprechend eben dann eben dennoch aus Impfempfehlungen beispielsweise ausspricht für Kinder, Jugendliche, Schwangere und dergleichen, dass man da offensichtlich überhaupt gar keine Skrupel hat. Und nochmal, moralisch muss das jeder für sich selber entscheiden, wie er dazu steht, aber aus rein tradingtechnischer Perspektive ist das natürlich für die Aktien der dann dadurch begünstigten Unternehmen natürlich durchaus ein vorteilhaftes Umfeld, in dem wir uns hier in diesem Zusammenhang wiederfinden. Nochmal, also tradingtechnisch wie gesagt, hier die 410 in Moderna, vielleicht etwas tiefer um die 400, das sind durchaus interessante Bereiche, gegen die man überlegen könnte, sich long zu positionieren. Ich kann das auch kurzfristig eventuell relevant, vielleicht drehen wir auch gegen den aktuellen Bereich schon wieder auf. Das ist durchaus, durchaus eine interessante Region, Chancelisikoverhältnis technisch mit dem Ziel, eventuell, dass es da früher oder später zum nochmaligen Push in Richtung der 500er Region eben tatsächlich kommt. So, Affirm, können wir mal ganz kurz einen Blick drauf werfen? Ich weiß gar nicht, wir hatten gestern die Aktie zum Thema gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube ja, wir hatten das Thema, ich glaube wir hatten Affirm aufgegriffen gehabt nach den sehr, sehr starken Earnings und diesen sehr, sehr stark bullischen Modus. Ich hatte dann gestern, kurz bevor die Markteröffnung hier stattgefunden hat, hatte ich noch ein Tutorial eingesprochen gehabt, im Hinblick auf dieses Earningsplay, was man daraus hätte machen können und das Interessante war jetzt in diesem Zusammenhang, dass ich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde vorher, bevor die Markteröffnung lief, dann eben fertig war und hatte in diesem Zusammenhang dann gesagt, was jetzt für mich interessant ist, ist der Bereich um 118 und zwar, ich will mal gucken, ich weiß gar nicht, ob ich das hier noch angezeigt bekomme, aber theoretisch müsste das eigentlich noch der Fall sein. Also hier kann man die charttechnisch relevanten Level sehen. Mal kurz gucken. Kann man die 118 hier erkennen? Ne, kann man nicht. Na, obwohl hier, ja doch, man kann sie erkennen. Gestern hat sich diese Linie nämlich hier noch weitergezeichnet, also das war dann der Today WeWop an dieser Stelle, die 118. Ich hatte dann in dem Zusammenhang als, als weiterführenden Gedanken, also ausgehend von seinem Playbook, dass man dann sagt, okay, was kann ich jetzt für Informationen aus diesem Play nehmen für den nächsten Handelstag? Hatte ich gesagt, die 118 ist dann so ein Schlüssellevel, vielleicht da drüber noch ein Stück weit, die 120. Also ich sagte, okay, wenn wir dieses Level dann halten können, wäre ich long dagegen. Auf der Kehrseite, wenn wir dieses Level brechen, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Und dann hat sich schon in den ersten Minuten eigentlich abgezeichnet gehabt, eigentlich schon in der Vorbörse tatsächlich, hat sich hier plötzlich ein Bruch dargeboten, kam plötzlich starker Verkaufsdruck auf, wo auch immer der herkam. Also keine Ahnung, wer da den Verkaufsdruck gedrückt hat, aber es war auf jeden Fall jemand, der in größerem Umfang abgeladen hat offensichtlich. Und damit war das Play dann auch gleich in Anführungsstrichen gestorben. Also da war von der Longseite, war das gestern nicht wirklich eine Option, nachdem wir bereits eben um 15 Uhr, 25, 26, 27 roundabout eben hier diesen Break der 118 auf den Weg gesehen gebracht haben. Mal schauen, ob sich das nochmal für ein Play eben eignet, aber tatsächlich ist es so, dass gestern sich dieser bullische Gedanke für den zweiten Tag bereits in den ersten fünf Minuten des Handelstages eben ad acta hat legen lassen. Da kam keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form eben hier entsprechend long zu positionieren auf. Interessant könnte hier werden, allerdings setzt das immer voraus, dass auch weiterhin eben das Volumen attraktiv bleibt und dergleichen die 100er Regionen. Psychologisch, das ist der Bereich 100, 102 ungefähr, das ist der Bereich, um die Hochs, die ausgebildet worden sind, nachdem da diese Amazon News über den Ticker gelaufen ist. Das könnte ein ganz interessanter Bereich sein. Sonst im Einzeltitelbereich, wie gesagt, aktuell nicht wirklich viel los tatsächlich. Also wir haben vielleicht hier noch eine Möglichkeit im, wo haben wir es denn? Da, wir könnten vielleicht einen kurzen Blick werfen auf Tesla. Tesla hat hier, man kann es ja noch erkennen, das ist das Szenario, was ich eingezeichnet hatte mit potenziellen Bounce, wenn wir weiter bullisches Momentum aufnehmen. Jetzt haben wir eben Flash gesehen und haben tatsächlich hier diese Region um 27 beziehungsweise 710 halten können. Ich hatte diesen Bereich, ich glaube ein bisschen tiefer hatte ich noch gesagt, die 700er Region, das war eher so die Region hier, dieser Aufwärtstrendlinie, die ist gestern angelaufen worden. Wir sind zur Markteröffnung relativ zügig eigentlich recht stark abverkauft worden, haben dann aber sofort wieder Käufer reinkommen sehen. Also das hier ist ein 5-Minuten-Chart und da kann man aktuell einfach auch sehen, wie unglaublich stark Tesla ist und wie auch die Nachfrage gegeben ist, ausgehend von diesen sehr, sehr guten Wachstumsaussichten, die das Unternehmen einfach weiter mit sich bringt. Durch die jüngsten Zahlen, die veröffentlicht worden sind, die Erwartungshaltung trotz auch der Semiconductor-Shortage und dergleichen, dass es eben hier weiter eine starke Nachfrage gibt. Also gestern dieser Kursverlauf, auch in diesem eigentlich eher fragilen Umfeld mit Aussicht auf Taper und dergleichen, das ist echt eine bockstarke Performance gewesen erneut und wo sich jetzt verstärkt immer wieder auch immer zeigt, dass die Devise hier ganz besonders lautet, buy the dip. Also sprich etwas anders formuliert. Ich wäre wirklich nicht überrascht, wenn wir relativ zügig, vielleicht schon im vierten Quartal jetzt, diesen Ausbruch hier auf neue Allzeithochs erwarten dürfen, der sehr, sehr wahrscheinlich wird, ganz besonders, wenn wir es eben schaffen, uns hier über 780, 800 Dollar eben zu positionieren. Also Tesla ist auch Intraday, ausgehend von diesen massiven Intraday-Range ist natürlich ein sehr, sehr attraktiver Kandidat und zeigt auch Intraday aktuell wirklich eine extreme Stärke. Also mal schauen, ob sich das ändert. Das kann natürlich sein. Wir haben gestern auch hier gesehen mit dem entsprechenden Abgabedruck, der in den Equities stattgefunden hat, auch dann am Freitag schon bereits mit dieser aufkommenden Taper-Spekulation, dass dann eben auch hier eine Tesla sich dem nicht entziehen kann. Aber nichtsdestotrotz ist dann natürlich solch ein Abverkauf, der nach ersten halben, dreiviertel Stunde des Handelstages eben zum Erliegen kommt und dann hier in solch einem V resultiert, ein sehr, sehr klares Signal, dass eben dann auf solche Dips kontinuierlich und immer wieder eigentlich aggressiv eben Käufer in den Markt treten und die jegliche Möglichkeit offensichtlich zu nutzen scheint, diese Dips zu kaufen in Erwartung eines Breaks über die 800 und dann früher oder später der Attacke eben hier auf eben neue Allzeithoos, 900 Dollar. Also scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein, wenn das übergeordnete Bild freundlich bleibt im Equity-Bereich, dass Tesla hier eine ganz klare Outperformance hinlegt und eben wie gesagt, diese Region um 900 und auch höher eben dann tatsächlich anläuft. Also durchaus ein Kandidat, den man im Hinterkopf haben sollte. Jetzt überlege ich kurz. Ich glaube, was sich jetzt gerade ganz kurz anbietet, bevor wir nämlich zum Euro-Dollar erstmal kommen, beziehungsweise dann zu Gold, vielleicht mal ganz kurzer Blick hier einmal auf Litecoin. Da hat es gestern einen Riesen-Push gegeben. Also ich meine den hier unten, nein, natürlich nicht, natürlich den hier. Also man kann sehen, das ist ein 5-Minuten- Chart hier oben, gegen 15.30 Uhr ungefähr, 170 Initialzündung und wir sind in der Aktie 60 Dollar, also über 30 Prozent, 40 Prozent einfach auf der Oberseite durch die Decke geschossen, sind dann allerdings auch in den Folgeminuten relativ zügig wieder abverkauft worden. Was ist passiert? Es ist News über den Ticker gelaufen und zwar hier, Walmart announces major partnership with Litecoin. Ich habe ehrlich gesagt diese Seite noch nie gesehen, aber offensichtlich ist das hier so eine Blog-Sektion, wo dann auch entsprechend eben solche News aufbereitet werden und zur Verfügung gestellt werden. Und hier kann man sehen, Global Newswire, Walmart announced the number one US retailer and world's largest grocer is pleased to announce a major partnership with Litecoin. Also und das ist übrigens eine News gewesen, die ist von vielen News-Portalen aufgegriffen worden, also beispielsweise auch Reuters oder Bloomberg, das ist über alle Terminals gelaufen. Also das war jetzt nicht irgendwie was, wo man gesagt hat, das ist irgendwo in einem kleinen Blog mal zum Thema gemacht worden, hat dann irgendwie sich den Weg durch die sozialen Medien gebahnt und hat dann entsprechend diese Rallye nach sich gezogen, sondern das haben alle großen News-Portale, Reuters und Co. haben das eben entsprechend aufgegriffen, dass Walmart eben hier eine Partnership mit Litecoin auf den Weg bringt. Also sprich, dass Walmart als weltgrößter Einzelhändler hier, beziehungsweise in den USA größter Einzelhändler auf jeden Fall und eine der größten Firmen der USA eben Krypto-Litecoin als Zahlungsmittel akzeptiert. Und ja, das hat natürlich einen riesen Run nach sich gezogen. Das hat sich über alle Krypto-Bereiche dann eben auch erstreckt. Also Litecoin hat natürlich ganz besonders profitiert, aber auch Bitcoin beispielsweise oder Ethereum hier hat entsprechend einen bullischen Spike gesehen auf der Oberseite, der dann allerdings um ein vielfaches aggressiver abverkauft worden ist. Auch Bitcoin, zack hier, kurzer Spike auf der Oberseite, aber auch recht aggressiv abverkauft worden. Warum? Nun ja, weil es dann nicht lange dauerte und dann hat Walmart eben in dem Zusammenhang gesagt, das ist eine Fake News. Das stimmt nicht. Und das ist auch etwas, was dann auch von Litecoin natürlich entsprechend hier kommuniziert wurde. Aber worum es hauptsächlich geht eigentlich bei dieser Entwicklung, die wir jetzt hier gesehen haben in Litecoin oder beziehungsweise dieser News, die dann da über den Ticker, wenn auch es potenzielle Fake News sind, eben dann auf den Weg gebracht werden. Es zeigt sich, dass, oder mein Eindruck ist, dass man hier offensichtlich eine Motivation hat, den Markt darauf vorzubereiten. Kontinuierlich so ein bisschen stückweit immer weiter, immer weiter darauf vorzubereiten, dass da früher oder später eben tatsächlich mal Krypto dann auch als Zahlungsalternative bei diesen Big Playern wie eben Walmart oder Amazon beispielsweise eine Möglichkeit, eine ernstzunehmende Möglichkeit eben ist. Wir erinnern uns daran, und da kommt auch dieser Gedanke meinerseits eben her. Wir erinnern uns daran, wir hatten eine ähnliche News mal. Ich will es mal hier zeigen. Wir hatten eine ähnliche News, und zwar hier Ende Juli, wo es da auch stark bullisches Momentum eben tatsächlich gab. Und zwar nachdem nämlich über den Ticker lief, dass Bitcoin, äh Bitcoin sag ich schon, dass Amazon einen Blockchain-Experten engagiert hätte, der natürlich dann Spekulationen angefacht hat, dass das offensichtlich der Wegbereiter ist, dass da früher oder später Krypto-Payments eben akzeptiert werden. Und das Interessante ist, dass sich ja Bitcoin hier von dieser News, nachdem sie dann aber auch hier nicht als Fake herausgestellt wurde, aber zumindest mal nicht confirmed wurde, dass das eben dennoch nicht aggressiv abverkauft wurde, sondern dass sich Bitcoin kontinuierlich hat dann weiter bullish präsentieren können. Und diese News, die immer weiter in diese Richtung gehen, dass da eben Krypto-Payments bei auch solchen großen Anbietern wie Walmart oder beispielsweise, ähm, 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 dann Amazon beispielsweise hier zum Thema gemacht werden, zeigt, man scheint dem Markt darauf vorzubereiten, dass da früher oder später ein entsprechendes Announcement in diese Richtung kommen könnte. Und dass das auch eine entsprechende, ähm, Akzeptanz von Krypto-Zahlungen eben dann rund um den Globus eben nach sich zieht. Und das ist durchaus etwas, was man, was man, ähm, ähm, berücksichtigen sollte. Und was in diesem Zusammenhang eigentlich eher auch ein längerfristig bullischer Case für die jeweiligen Krypto-Währungen ist. Auch wenn natürlich diese Volatilität, ähm, hier, die wir da zu sehen bekommen, natürlich alles andere als irgendwie, ähm, ähm, Wertstabilität oder Wertaufbewahrungsmittel oder sonst der gleichen eben, ähm, impliziert. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind das eben durchaus News, die man längerfristig als potenziell positiv für den gesamten Krypto-Bereich eben interpretieren könnte. Und, ähm, ja, wie gesagt, also nicht, dass man das hätte traden, oder beziehungsweise nicht, dass man das hätte traden können, besonders im Bereich Lightcoin. Also, bei mir, das lief über den Ticker. Ich fand das eine, eine, eine Big News einfach deswegen, weil Wormelt, ähm, ähm, einfach ein Riesenplayer ist in dem Bereich. Und das schon allein aus dieser Richtung eben eine riesenbrisante Neuigkeit war. Aber das ist darüber hinausgehend eben durchaus interessant, auch mal als, ähm, ähm, längerfristige Überlegung eben mit einfließen zu lassen. Und dass diese Testballons, die da eben offensichtlich fliegen gelassen werden, dass man die nicht unterschätzen sollte. Ähm, dass das eben durchaus auch, durchaus brisant ist, dann längerfristig eben in diesem Zusammenhang hier, ähm, solche, ähm, 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 Akzeptanzstellen eben, ähm, ins Leben rufen könnte. Und das wäre wirklich eine langfristige Big News für den gesamten Kryptobereich. Also nicht nur jetzt für diese dann betroffene Währung, die natürlich exorbitant profitieren könnte, wie Lightcoin, sondern eben darüber hinausgehend eben auch Bitcoin. Das technische Bild hat sich allerdings nicht verändert. Ähm, wir sind weiterhin hier aktuell im, ähm, äh, eher bärischen Umfeld nach dem Flashcrash letzte Woche Dienstag. Was natürlich interessant ist, ist jetzt, dass dieser, ähm, ähm, volatilere Modus hier nicht zu einem Break unter diese letztdienst täglichen Tiefs geführt hat, sondern wir ein leicht tieferes Hoch ausbilden, ähm, äh, Entschuldigung, höheres Tief, versuchen, höheres Tief ausbilden. Und, ähm, das bedeutet etwas anders formuliert, auch wenn hier der, der Grundtenor erstmal weiter bärisch bleibt, besteht eine ernstzunehmende Möglichkeit, dass es eher früher als später zu einer Rückerbung der 47.500er Marke eben hier kommt. Und, ähm, ähm, demnach würde ich tatsächlich aktuell aus rein spekulativen Gesichtspunkten, spricht wenig dagegen, hier, ähm, Pull-Ins, die jetzt vielleicht sich abzeichnen, eher zu kaufen. Also, Rücksetzer in dem Fall gegen zum Beispiel die 45.000er Region, 45.500 ist es wahrscheinlich, 45.400. Diesen Bereich hier könnte ich mir durchaus vorstellen, ähm, für Long-Engagements in Betracht zu ziehen, in, dann, Erwartung, dass es zu einer nochmaligen Attacke und im Versuch kommt, die 47.000er Marke, 47.500er Marke eben zurück zu erobern. Also, das ist da durchaus ein interessanter Bereich, gegen den man sich da potenziell Long positionieren könnte, ähm, sofern auch mal dieser Bereich eben tatsächlich angelaufen wird. So, ja, das zu Bitcoin, beziehungsweise Krypto, Litecoin und Co. Jetzt blicken wir mal kurz hier einmal auf den Euro-US-Dollar, zurück über die 1.18 gelaufen. Mal schauen, wie sich dann heute der weitere Verlauf darstellt. Ich komme mal ganz kurz hier in die Chatbox. Okay, also wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, stellt die gerne, ja. Heute 14.30 Uhr brisant, weil wir haben natürlich mit diesen Inflationszahlen und den gerade schon zu Beginn skizzierten möglichen Spike-Szenarien für den Zinsmarkt. Sollte die Inflation über der Erwartung veröffentlicht werden, haben wir natürlich ein potenziell brisantes Event für den US-Dollar. Denn solche Spikes würden natürlich das Zinsdifferenzial zwischen europäischen und US-amerikanischen Schuldtiteln ausweiten lassen und dann den US-Dollar alles in allem begünstigen. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, derzeit sieht es zwar nicht danach aus, aber wenn es nicht gelingen sollte, hier die 18.50 zurückzuerobern, im Falle jetzt des Euro-US-Dollars hier, über dieses Niveau laufen, könnte es sein, dass eben ein entsprechender Print, der über der Erwartung reinkommt. 5,3% ist die Erwartung, wie gesagt, psychologisches Level 6%. Ich finde das schon ziemlich offensiv meinerseits, aber warum nicht? Ich glaube, es besteht durchaus eine Möglichkeit, dass wir vielleicht auch mal eine entsprechende Überraschung im Inflationsbereich zu sehen bekommen. Könnte einen kurzen Spike nach oben begünstigen, über die 1.18.50 durch ein dünnes Marktumfeld, aber dann ein Überrollen gegen diesen Bereich würde nochmal die Region um 1.18, eigentlich die Tiefs, die gestern ausgebildet worden sind, hier um 1.17.70 eben in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und mit einem Break tiefer wären weitere Abschläge denkbar, die uns dann früher oder später Richtung der 1.17. Region führen könnten. Alternativ natürlich, alternativ ist auch ein Szenario, das wir auf den Schirm holen sollten. Wenn die Inflation eben nicht über der Erwartung liegt und wenn wir nicht in irgendeiner Form hier diese Spikes im Zinsbereich zu sehen bekommen, dann könnte es sein, dass wir die 1.18 zurückerobern und dann eben uns nochmal aufmachen, ein bisschen Gefilde hier auf der Oberseite, den 1.19er-Bereich eben tatsächlich. Alles in allem bleibt aber dabei, dass das Bild im Euro-US-Dollar alles andere als spannend oder spektakulär ist, generell im Devisenbereich. Also ich persönlich favorisiere ganz klar, auch im Hinblick auf die heutigen Inflationszahlen, ich favorisiere ganz klar weiterhin Gold. Eigentlich, weil sich da auch das charttechnische Bild einfach viel sauberer darstellt und dann eben auch sich ausgehend von den entsprechenden Prints. Anziehende Inflation, das würde man sagen, das ist eigentlich bullisch für Gold, ist es langfristig auch. Aber kurzfristig besteht eben die Gefahr, dass eben diese Spikes in Zinsen auf der Oberseite eben die Realverzinsung weniger negativ gestalten. Und wir wissen, dass die eigentliche Korrelation weniger Gold-Inflation ist als Gold-Realverzinsung. Und sobald wir diesen Spike in Zinsen auf der Oberseite sehen, besteht die Gefahr, besonders kurzfristig und vor dem Hintergrund auch dann allerdings mit deutlich bierischerem Momentum, dass wir eben unterhalb hier der 1780er Marke unterhalb dieses Niveaus brechen und diese Seitwärtsrange dann entsprechend nach unten auflösen und zunächst dann bei dem Bereich um 1750 US-Dollar eben anlaufen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, das wäre oder ist eine Region hier auf der Unterseite, die wir auf jeden Fall durchaus als nochmal antestbar hier erachten sollten. Na, kommst du her? Willst du nicht? Na gut. Also das ist durchaus eine Region, die Ziel sein könnte, just in jenem Moment, wo wir unterhalb eben 1780 US-Dollar pro Fall in uns hier brechen. Ja, soweit also die Einschätzung in dem Zusammenhang hier für Gold. Silber hat sich nicht wirklich dramatisch verändert, das Bild. Da bleibt es dabei, dass der Modus alles in allem eher weiter bärisch ist, zumindest so wie sich das charttechnische Bild hier herauskristallisiert. Also wir haben immer noch diese türkisfarbene Abwärtstrendlinie, die die offene Kenber ist, dieser fehlgeschlagene Versuch, diese Trendlinie zu brechen. Dann das hier sehr dynamische Überrollen und dieser Flash-Crash, den wir zu sehen bekommen haben, post der August-Payrolls. Jetzt eine Stabilisierung hier, das zunächst zurückerobernde 24er-Marke, diese Aufwärtsstruktur, die dann allerdings auch letzte Woche gebrochen wurde, letzte Woche Mittwoch. Und dieser vielgeschlagene Versuch hier, über die 24, 24.30 Uhr zurückzulaufen. Und das konsolidieren jetzt unterhalb, sobald wir unter die Tiefs, die wir gestern hier ausgewildert haben. Also gestern kam da auch nochmal ein bisschen stärkerer Abgabedruck auf, das kann man hier erkennen. Das war um ziemlich genau 14.30 Uhr. Ich müsste jetzt mal kurz gucken. Das ist interessant. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesprochen nicht, was diesen Flash da auf der Unterseite nach sich gezogen hat. Gefühlt, gefühlt, ne, Wirtschaftslandkalender kann es nicht gewesen sein. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht verwechsel, dass da ein Erzeugerpreisindex oder so, der veröffentlicht wurde. Ich glaube, das war schon letzte Woche Freitag. Also interessant auf jeden Fall. Also Flash, allerdings wird der sofort zurückgekauft. Das heißt, es hat jetzt hier nicht irgendwie eine nachhaltige Abwärtsbewegung nach sich gezogen. Aber sobald wir natürlich diesen Bereich hier unterhalb dieser Tiefs um 23.50 Uhr unterschreiten, dann wäre nochmal denkbar, dass wir bis in Gefilde um 22.90 Uhr, 23 Uhr laufen, eventuell sogar nochmal einen Bruch tiefer zu sehen bekommen. Und dann in diesem Zusammenhang eben die 22er-Region in den Mittelpunkt des Geschehens rücken sehen. Ja, nunmehr wäre es das eigentlich tatsächlich größtenteils gewesen. Dann haben wir mal die Dinge, die da, wie gesagt, für den DAX anstehen, die da noch kommen. Also wir sehen den DAX, beziehungsweise den US-Märkten, S&P besonders, und dann überschwappend auf den DAX-Potenzial. Wir sehen also, der kann sich hier im Bereich der Tageshochspüche jetzt stabilisieren, aber so ein wirkliches Abstoßen auf der Oberseite, so ein Bruch eben über diese Abwärtstrendlinie, und dann auch der Stint in Richtung der 15.800er-Region. Der bleibt derzeit eben tatsächlich aus. Und schauen, ob die US-Märkte den heute Nachmittag liefern. Wie gesagt, potenzieller Wegbereiter oder beziehungsweise eine Idee, eine Indikation, in welche Richtung der Modus hier erwartet werden könnte, könnten dann schon bereits um 14.30 Uhr eben die Inflationszahlen aus den USA eben uns zeigen. Und ja, auf die warten wir an der Stelle. Und dann schauen wir einfach mal, in welche Richtung sich dieser Print eben bewegt. Wie gesagt, 15.57, darüber 15.97, 800. Und wenn wir uns oberhalb konsolidieren können, dann wäre dann die Short-Gespenster, Short-Geister erstmal in ihre Schanken verwiesen. Auf der Kehrseite sollten wir unter die 15.7, 20, und besonders unter die bis dato ausgebildeten Tagestiefs rutschen, könnte das nochmal weiter bierisches Momentum eben tatsächlich dann auf den Weg bringen. Und ja, soweit meinerseits. Also, Fragen gibt es keine. Dann bleibt mir erstmal an dieser Stelle nichts weiter, als euch einen erfolgreichen Handelstag zu wünschen. Happy Trading! Passt auf die Stops auf. Wir hören uns wieder morgen am Mittwoch dann, den 15. September 2021 um 10, gemeinsam hier mit Markets. Ja, solltet euch das Video gefallen haben, natürlich. Lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen, wie gesagt, schickt die gerne entweder per Mail, schickt die gerne via der Chatbox unterhalb des Videos, gerne über Twitter, gerne auch über das Forum, jk-trading.com slash Forum. Heute Nachmittag werde ich euch wieder eine kleine Einschätzung geben, natürlich zu den Equities-Aktien, die ich für den Handelstag eben als heiß betrachte. Wie gesagt, wir haben jetzt Affirm nicht mehr ganz so heiß. Tatsächlich schauen wir mal, ob sich vielleicht in irgendeiner Form im Biotech-Bereich was ergibt. Wie gesagt, potenzielle Kandidaten, die da von Interesse sein könnten, auf jeden Fall moderner, auch Biontech aktuell, die ja etwas breiter aufgestellt darin, die sagen vielleicht auch, wie gesagt, Valneva oder beispielsweise Novavax sind da ganz interessante Kandidaten, die man in den tieferen Blick, besonders nach den gestrigen Entwicklungen, eben nach sich ziehen, oder die das durchaus mal lohnen. Und ja, sobald meinerseits. Also, happy trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Wätschus. 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 Wätschus.